Wir laden alle Kunstfreunde zu unserer wunderbaren Hundertwasser Ausstellung ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Aufgabe als Restauratorin ist es, den Zustand des Kunstwerks zu begutachten. Es wird ein Zustandsprotokoll meistens mitgeschickt, das vor Antritt der Reise erstellt wurde vom Leihgeber. Und ich gleiche das mit dem jetzigen Zustand hier am Ausstellungsort dann ab. Musik 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 Wir laden alle Kunstfreunde zu unserer wunderbaren Hundertwasser Ausstellung ein. Musik 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 Musik